herzlich willkommen beim stempelpalast nun ist es soweit ich bin ganz aufgeregt heute startet unser gewinnspiel jawohl aufmerksame zuschauer haben es auf meinem youtube kanal ja schon verfolgt es wird ein gewinnspiel geben das habe ich letzten sonntag schon angekündigt als ich dieses stempel set ausgepackt habe denn das ist aus dem adventskalender von der lieben anja und das möchte ich gerne verlosen das heißt heilige nacht und es ist aus dem aktuellen herbst winter katalog bestemping up da ich aber ja natürlich nicht nur einen preis verlosen möchte denn es gibt eine menge zu feiern zwischenzeitlich haben wir ich muss mal leben auf meinen spick zettel gucken wir haben über 250 likes bei facebook gesammelt wir haben fast 30.000 seiten aufrufe auf meinem blog und wir haben über 150 abos hier bei youtube schon dafür möchte ich euch natürlich danke sagen und vor allen dingen dir denn du schaust immer schön meine videos und du liest auf meinem blog und du guckst bei facebook und das finde ich total toll ich freue mich dass meine werke und meine art zu basteln dich so interessieren ich hoffe dass ich demnächstes jahr auch wieder gerecht werden kann und da kommen wir nämlich dann auch zu meiner frage ich möchte gerne von dir wissen was du vom stempel palast erwartest in 2018 worüber würdest du dich freuen was soll ich dir zeigen was war gut dieses jahr was war nicht so gut ich fände es einfach toll wenn du einen kommentar hinterlässt und mir einfach ein bisschen feedback gibst und dafür möchte ich eben ein gewinnspiel starten als kleinen anreiz für dich ich zeig dir auch den rest der preise also platz eins preis nummer eins auf platz eins habe ich dir gezeigt das ist heilige nacht hoch falsch rum dann haben wir wunderbare wintergrüße das wird der zweite platz werden das ist übrigens das set mit dem ich die karte gestaltet habe die im aktuellen catch the sketch liegt die euch augenscheinlich sehr gut gefällt dann haben wir den dritten platz das ist unser cardstock baby glück wie du siehst kirschblüte vanille pur und ich würde pauschal sagen hellblau könnte aber auch aquamarine sein ich müsste es ehrlich gesagt nachgucken also seht es mir ein bisschen nach aber das paket ist ja hier der vierte preis ist eine 1 zoll kreis stanze der fünfte preis ist washi tape und der sechste preis ist ein nachfüllfläschchen in savanne von unserer stempelfarbe ja sechs preise und du kannst dir lose verdienen und zwar wenn du mir einen kontakt einen kommentar schreibst hier bei youtube kommst du mit einem los in das lostöpfchen schreibst du noch einen kommentar der nicht nur kopiert ist sondern vielleicht noch eine zweite einen zweiten tipp oder eine zweite idee für 2018 für mich auf meinem blog dann bekommst du ein zweites los fürs lostöpfchen und schreibst du mir dann tatsächlich auch noch einen dritten kommentar bei facebook dann bekommst du auch noch ein drittes los fürs lostöpfchen die verlinkungen stecke ich dir hier unten in die infobox und dann kannst du hier bei youtube direkt anfangen dir dein erstes los zu verdienen indem du mir einfach einen kommentar hinterlässt wie gesagt was hat dir gut gefallen in 2017 was hätte nicht so gut gefallen was in 2018 erwartest du vom stempel palast was möchtest du von mir sehen was darf ich dir zeigen was möchtest du lernen da freue ich mich sehr wenn du mir da was schreibst das gewinnspiel startet wie gesagt jetzt wir werden bis dienstag um 20 uhr das gewinnspiel laufen lassen um 20 uhr habe ich nämlich eine glücksfee an meiner seite die wird sofort aus allen losen lose schreiben ich werde also schon so ein bisschen mitschreiben wer kommentare hinterlassen hat direkt um 20 uhr ist ende dann werde ich um kurz nach 20 uhr gleich auslosen und werde euch das dienstagabend auch noch bekannt geben wer gewonnen hat und dann brauche ich bitte ganz fix eure adressen damit vielleicht tatsächlich sogar noch vor weihnachten euch die geschenke erreichen können da freue ich mich sehr also ich habe alles gesagt ich wollte danke sagen für so viel zuspruch den ich bekommen habe in 2017 danke für die abos danke für die likes für die herzchen für die tollen kommentare für den vielen zuspruch den ich tatsächlich auch persönlich bekomme und dann bleibt mir nur noch euch ein schönes weihnachtsfest zu wünschen es gibt noch mal ein video an heilig abend das habe ich ja versprochen aber ich sage auf diesem wege schon mal weil ich auch weiß dass heilig abend noch jemand was anderes zu tun hat aber auf diesem weg schon mal frohe festtage lasst euch reich beschenken habt eine tolle zeit im kreise eurer lieben und wir sehen uns dann nach weihnachten auf jeden fall wieder bis dahin tschüss und vielen dank bis dahin tschüss und 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 bis dahin t